Wir haben es geschafft. Fast pünktlich würde ich sagen. Ich habe leider nicht auf die geguckt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Jahresabschlussgala. Guck mal, das ist der klassische Vorführeffekt. 2020. Das hat alles geklappt. Warum ändert sich jetzt der Hintergrund? Egal, wir sind live. Gunnar macht weiter. Das ist gar kein Problem. Einmal mit Profis arbeiten. Ihr habt mitgekriegt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu unserer kleinen Jahresabschlussgala 2020. Wie ihr seht, Technik haben wir im Griff. Jetzt wird es hart. Jetzt wird es hart. Gunnar hat vorhin schon gesagt, wir haben 2017 unseren Standort in Wannitz eröffnet. Da geht es jetzt auch direkt hin. Wer sich im Web-Business ein bisschen auskennt, dem wird vielleicht der Name ein bisschen bekannt vorkommen. Niklas hat nämlich einen ganz besonderen Namen für seine Gruppe gewählt. Ich wünsche viel Spaß mit der 16348 Straßenbande. Ja. Und wir waren einfach nicht für sie mit. bacteria-Eurogewinne. Ja. Es ist nur ein bisschen, oder es ist. Und wir wollen das haben. Wir wollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020